Die Stützen der Wände Mann, ich glaub nicht, dass ich jemals so glücklich war, einen so schlechten Witz zu hören. Remember in Bewegung! Vorsicht! Was hab ich dir gesagt? Halt die Klappe und lauf! Wir müssen sofort deinen Weg hier rausfinden! Nichts! Wir sind eingeschossen! Moment, ich hab was gefunden! Da drüben ist eine Tür! Los, los, los! Heilige Scheiße! Das war verdammt knapp! Ich brauch irgendwelche Schoner für meinen Arsch! Der alte Junge ist für solche Misshandlungen nicht gemacht! Es interessiert mich nicht, für welches Ausmaß an Misshandlungen den Arsch gemacht ist! Bewege dich! Alle Final Echos in der Nähe! Befehlshabende braucht Unterstützung! Feinde haben Lager umgestellt! Äußerste Vorsicht geboten! Der Damm wimmelt von Einheimischen! Alle anderen Final Echos zur Anführerposition! Das Signal der Kleinen kommt von diesem Damm! Inzwischen ist bestimmt schon ein Rettungsschiff Serrano unterwegs! Wenn wir einen Weg an Bord finden wollen, brauchen wir sie, um uns zu ihm zu führen! Wir brauchen sie lebendig! Dann holen wir sie uns eben lebendig! Wie sieht's bei dir aus? Die Schmerzen sind gewaltig! Die AI-Logik? Versuch beständig, die Kontrolle zu übernehmen! Das musst du verhindern! Reiß dich einfach zusammen! Nette Aussicht! Wollen wir rummachen? Einfach nur zwei harte militärisch gestellte Typen, die in einem Aufzug rumhängen und sich ihr Leid auf totale Heteroart von der Seele kuscheln. Das war ja ein nervöses Kichern! Entweder hat deine menschliche Seite den Witz kapiert, oder deine Computerseite mag, wie ich in dieser Hose aussehe! Vielleicht auch ein bisschen von beidem! Ich kann dir keinen Vorwurf machen! Ich bin einfach ein gutaussehender Mann! Heilige Scheiße! Diese Gang ist anders! Ihre Zellstruktur ist wirklich seltsam! Großer Gott! Sie haben die anderen Typen verstümmelt! Die medien Bastarde verstecken sich gern! Achtung! Diese Wichser sind schnell und clever! Feierlos! Das ist wichtig! Spannende Musik Die jetzt! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Stolbleiben! Stolbleiben! An alle Final Echos! Hier ist die Befehlshabende! Werde überrannt! Habe keine Munition mehr! Der letzte Bericht ist stundenher! Bestätigen Sie! Ich nehme sonst an, dass ich nur noch übrig bin! Wenn Sie sie in die Finger kriegen, ist es aus! Ja, wir müssen uns beeilen! Ach du Scheiße! Die Drecksacke verdienen es ja, aber trotzdem! Noch mehr Scharfschützen! Noch mehr Scharfschützen! Wir suchen sie in der Fall! Und es ist entzündig! Was ist das? Biotis! Biotis! Express! Biotis! Sucker hat! Biotis! Alles sauber! Setz den Schussvisualisierer ein! Tötet sie alle! Ich brauche Zeit für die Arbeit an der Brücke! Den dran! Yaaah! Gyacra! Gah! 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 Aaaaaah! Gah! Schlaf schön, Süßer. 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 Da kommen sie! Da kommen sie! Ja! 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 Das war's für heute. Bumper! Suffer! Schmutz! Suffer! Bumper! 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 Ich habe mich damit! Suffer! Stress! Bumper! Bumper! Die Stimme! Die Stimme! Die Stimme! Die Stimme! Er ist tot! Oh nein! Er ist tot! Stress! Suffer! Soll ich sie weg? Wir haben keine Zeit zu verlieren! Weiter! Ich hoffe, die Kleine hält durch. Ich meine, was tun wir, wenn sie ins Gras beißt? Was wir denn tun werden? Wir sterben, Grey. Sie ist unsere einzige Verbindung zu Serano und unsere einzige Hoffnung auf Rettung. Ah, schon verstanden. Ja, schon verstanden. Ich werde überrannt. Für Evakuierung zu Seranos Position vorrücken. Keine Rettungsversuche. Zahl der Gegner geht in die Hunderte. Gott, sie kommen zurück. Ich erwarte eine hübsche Trauerfeier. Verdammt. Na los, wir müssen weiter. Nicht halt! Deine Schau! Geisteskranker in Gefängniskleidung. Now! He's dead! You got any slide on? You can't do it. You can't do it. You can't do it. You can't do it. You're dead! I'm dead! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Gleich wird's heiß. Lea, das Signal war falsch. Sie ist hier. Wir sind mitten reingerannt. Wenn du vernünftig kämpfst, kommen wir vielleicht wieder raus. Stress. 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 Full's dead. My asshole. Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt ein Feitschner drüber ein. 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 Und eine Mauer! Viel Spaß! Feuer! Suchen wir uns einen richtigen Kampf. Das ist ein Feitschner drüber ein. Ich bin der Wechser! Los, komm, uns bleibt nicht mehr viel Zeit! Das ist ein Feitschner drüber ein. 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 Spricht! Ein Wichskopf auf dem Weg zu den Engeln. 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 Hast du gehört, Ishii? 5.000 mehr als beim letzten Mal. Was sollte das überhaupt? Ihr wart total unterlegen. Warum habt ihr keinen Warpsprung gemacht? Wir hatten keine Wahl. Bei dem Kopfgeld auf uns mussten wir die Ulysses ausschalten bevor. Hey! Ganz ruhig. Lass uns reden. Wo wird er abgeholt? Willst du uns helfen? Hey, lass den Scheiß. Wir wollen doch nur von diesem Felsen runter. Es ist viel zu gefährlich für dich allein, Schwester. Wir bringen dich zum Evakuierungspunkt. Du bringst uns hier weg. Ist doch fair. Ja. Aber wenn ihr mich nochmal anrührt, seid ihr tot. Los geht's. Hey, beholg dich wieder. Klar, wir können ihr nicht trauen. Aber wir brauchen sie lebend. Ich traue keinem von euch. Und ich werde jeden von euch abknallen, wenn ihr mich hintergeht. Es... es... tut mir leid. Okay. Prima. Verschwinden wir. In Ordnung. Was für ein Scheiß. Ladies first. Ah, fuck. Was für ein kranker Irrer macht denn sowas? Creeps und Skulls sind im Krieg. Skulls? Menschliche Gang. Dämliche Tribal-Tattoos und fehlende Fantasie. Es gibt nichts mehr zu essen, also halten die Skulls die Creeps wie Vieh. Creeps wollen sich rächen und massakrieren alle Menschen, die sie finden. Dämliche Tribal-Tattoos-Tattoos-Tattoos-Tattoos-Tattoos-Tattoos. Mist. Die sind voll dabei. Ist doch gar nicht schlecht. Dann konzentrieren Sie sich wenigstens nicht auf uns. Das werden sie noch. Der einzige Ausweg führt da durch. Wir machen. Oh! Ah! Ah! Noch mehr Stolz! Wir müssen uns irgendwas anderes ausdenken! Uh, wir zeigen keinerlei Wirkung! Vier weitere Schwänze am Arsch! Vergessen Sie, dass sich unser gesamtes... Da sind wir! Keine Armee, Armut auf dich! Kugeln, bringen Sie! Kugeln, bringen Sie! Nein! Oh! 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 Ah! 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 Achtung! Achtung! Entspannen wir uns. Ishii, also gut. Ich behalte die Pferde nahe bei mir und pass auf sie auf. Mir ging's super, bevor du und Cranky, der japanische Robotermann, aufgetaucht seid. Dein Name ist Ishii. Ach gut, ich bin Trishka. Ich bin Cray. Ich wurde ausgebildet, um nicht zu werden wie du. Cray! Cray! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ah! Oh, 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 oh. Ah! Der Schöne wird sich wohl harmlos als auch Garten zeraubend. Für die... Der einzige Weg führt durch diese Räder. Dann mal los! Das ist ein ganz schöner Lärm! Das machen wir jetzt! Wach kommt! Das ist ein magnetodynamischer Generator! Die Stromstärke der Spule könnte den ganzen Damm zerlegen! Ich hab's doch hinbekommen! Na los! Die Motoren lösen sich! Reilung! Die Motoren lösen sich! Die Motoren lösen sich! Die Motoren lösen sich! 25 Die Motoren lösen sich... Die Oh, nein, 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 nein! ARD Text im Auftrag von Funk Mach den zweiten Generator platt und wir sind geliefert. Am ehesten hat es doch auch wunderbar funktioniert. Dämliches, dämliches Arschloch! Regon, bewirkt dich! Du kannst dich später beschweren, dass ich dich gerettet habe. Dämliches Arschloch! Dämliches Arschloch! Dämliches Arschloch! Heilige Scheiße! Was hab ich dir gesagt? Wie sieht dein Plan aus? Das ist dein Plan? Wir müssen hier weg! Zum Teufel damit! Lassen wir die Dürfe rollen! Juhu! Oh oh, hey! Cool, Schiffs! Der Damm stürzt ein! Noch mehr, Bullsers! Wir sitzen hier auf dem Präsentierteller. Ist das etwa ein toller Faden? Du hast uns in die Scheiße geritten. Ich hab uns nur wieder rausgezogen. Nein, 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 nein! Oh, God! Halt es! Ich hab uns jetzt nur noch gut gemacht. Alles klar!